Hi Freunde was geht und willkommen zu diesem Video. Vor genau 4 Jahren, also heute, dem 20. Januar 2023, vor 4 Jahren, am 20. Januar 2019, habe ich diesen Kanal gegründet. Das erste Video kam ja erst knapp 3,4 Jahre später online, aber trotzdem will ich den Kanal natürlich immer noch würdigen. Und dafür habe ich hier dieses Factor wegkriegt. Warum das steht bei Retroful Saudi, keine Ahnung. Eigentlich ist es meins, aber wir erfahren uns nicht. Ich habe ein bisschen die Buttons bearbeitet und dann erst werdet ihr sehen. Ich mache das Ganze auf Halbwix machen, weil das ist am geilsten, das Block zu nutzen. Ich glaube, ihr seht schon eine Bearbeitung, nämlich das hier in meiner Hand. Das hier, äh das hier, das ist ein M-World. Und ihr werdet noch eine Menge Sachen sehen. Und ja, ich bin in Lüchival 4-5-5-5-5, aber das wissen wir gar nicht. Ich denke, ihr scheint, ob ich damit eine Runde bei etwas gewinnen kann. Löcke habe ich auch gearbeitet, aber die hat es nicht angenommen. Ich habe keinen Plan wieso. Und die Hoppa wurde auch gearbeitet. Und das sind wir sehr weniger, aber unten die Lebens-, äh, die Hungerbalken, das Fleisch wurde auch gearbeitet. Und natürlich die Hoppa. Okay, der Teil, man könnte da bitte kurz abhauen, das wäre nämlich geil. Und da schwert, wir möchten es ja weniger, vor allem nicht die, die weniger einfach spielen. Aber das wurde auch gearbeitet. So, ja, und da seht ihr es auch mal schön, hehehe, ich, mein Kanal-Premium. Und ich glaube, jemand rush mich gerade, kann das sein? Knew it. Oh, wir sind untergefallen. Noob. Aber das ist eine schnelle Taktik. Das ist genau gleich schnell wie Speed Pigeon. Fuck, hier hat man das. Aber juckt, ist egal. Ich konnte euch noch nicht mal alles zeigen. Ich konnte euch noch mal alles zeigen. Ich konnte euch noch mal das Inventar hier zeigen. Ehe, schau mal. Ich habe sogar das Inventar hier erläutert. Das sind jetzt wieder alle. Die wurden nicht übernommen. Na, alles egal. Und dann muss ich noch mal das Inventar hier erläutert. Und dann muss ich das Inventar hier ein bisschen weg. So, schon besser. Und der UR Pin kommt halt von Halbwechsel selber also. Den kann ich nicht bearbeiten. Das ist der Tease, den man haben kann so auf Halbwechsel. Weil es halt wirklich beliebt als Euro ist. Und ihr seht halt, wie schnell man damit bildet, ne? Das ist ja mein Lieblingsbilds-Bilds-Taktik. Und ja, auch jetzt schon genug. Ne, das akzeptiert jetzt nicht. Das akzeptiert ganz und gar nicht. Ne, egal, ne, das ist nicht wahr, Bruder. Ja, damit, damit schon jetzt. Ne, egal, wir schon jetzt damit. Das ist ja dein Kind. So, das ist doch klar. Sehr gut. Jetzt sieht man das, mir ein Dings. Perfekt. Man, disconnected. Doch nee. Danke. 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 st und wir haben jetzt auch die ganzen Keystrokes also 90 Prozent die ganzen ab und sich drückt es in den das ist auch nicht schiffen soll ich jetzt nicht den Wein das ist halt unnötig die Oberseite wird auch nicht an nicht als hat sich nicht angeschaut nur so was haben wir gar nicht und aber sonst hat nichts angeschaut ja ein wie hat er das überlebt ich kriegte mich er wird 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 das macht so viel nicht das ist dieses spiel spielen scheiße ernst dass ich mal TNT meine doch sind hier ist dann wie bist du da angekommen das ist ein Plan das ganze nicht der hatte nun Leben Kanzler nachdem nicht so gut etwas zu in der Sendung das ist ein Plan der Städte mit der Bissung wenigstens einen Kilo ich bekomme. Das, so, ganz wichtig. Ah, stimmt. Die Brain-Informationen sind jetzt hier beim Weissen weniger gut, aber... Das geht so zu mir, ich bekomme. Ja, das war nicht meine Taktik, ne? Ich glaube, was ist sein Plan? Ich verstehe sein Plan nicht. Wie hat er mich bekommen? Nein, 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 nein. Das ist Cheapen. Ich hatte zehn Leben. Ich hatte ein Holzschwert. Und hat mich mit zugehittet. Er hat mich mit zwei Hits getötet. Das ist nicht... Das ist... Das ist Cheaten, guys. Der cheatet. Aber eigentlich wollte ich euch das Texture Pack genauer zeigen. Was das ist, äh... Ja. Das ist ein Hintergrund von NVIDIA. Ausgeblurrt, um nicht von Copyright gestrikt zu werden. Aber der Typ hatte gerade gar keine Cosmetics. Dieser japanische Typ da. Aber der Typ war. x2. Hallo. Okay. Dann gehen wir mal im 20... Okay, dann gehen wir mal im 20... Jetzt kann ich eigentlich ein bisschen... Ja, sieg mal... So, der hat so... ...he, he, he, he. so pixel fehl lassen das ist anderes gewinnen alles gut schild wenn man existiert mit dem Schild und er aufhängt jetzt geht's jetzt die interessiere ich aber direkt mit Protection so was von der Chip kommt jetzt zwar, aber was soll's, ne? soll ja halt der Dachgat, das ist mein Kollege und er hat auch einen komplett schwarzen Skin das ist nicht ja, flüchte nur noch mal zwei Dias aber juckt Junge Dias, er will schon wieder kommen die waren krass zu mir an, ich hab ein Eisenschwert ja, er holt sich jetzt auch ein Eisenschwert, aber juckt wir holten Fire Charge ne, doch nicht das du kannst ihn nicht reden ja, ihm geht das mein Bett ja, juckt, ganz ehrlich dieser japanische Typ, den gern ist der kommt von Japan, ich hab's schön, sogar noch er kann es sich noch wir fahren an so ein paar Sachen der Betriebschaften das ist schlechteste gewoffene feinert schon ziemlich das ist ein weiterer Mann Mann die Tief hat wirklich gelegt jetzt keine Ausrede ich will auch mal Gottbildchen lernen also ich bin dabei das zu lernen bisher habe ich einen Vorstieg von 7 Blöcken finde ich echt gut jetzt ich weiß was wir warten bis der Typ zu uns kommt alter oder nee wir fallen runter wir fallen runter jetzt go damit kann man auch Kiel sammeln so von der kurzem Eisenschwert und den Typen wenigstens gewappnet der Typ kommt der Schacht gleich wieder ja er kommt wieder er macht eine Doppelprodukte nicht k mir ist so egal dass du gerade oben bist k das hat nicht ausgereicht und wann bin ich gerade auf ihr gegangen ihr bringt mir gar nichts was warst du mit deiner Böcke-Taktik Jungs hat mir meine zu viel Eisen zurückgeholt he 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 ja gut ich glaube es ist uns allen auch klar dass ich das nicht überlege ja gut ich glaube es ist uns allen auch klar dass ich das nicht überlege die ab derzeit er 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 ist es gibt für die musik zahlen die die tipps schlitzel unter ja der hat mich getrunken nicht in diesem Sinne wir sagen danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und auf noch viele glorreiche Jahre hier auf dem Kanal ich hoffe es wird es werden noch sehr viele viele Momente passieren egal ob schön oder schlecht ich hoffe sie werden schön danke fürs dabei sein bis zum nächsten Mal euer Kamitando ich wünsche euch eine schöne Zeit hoffe dass euch dass ihr gesund bleibt in diesem Sinne danke fürs Zuschauen der Pinke geht mit meiner Weiß zurück freut mich für ihn bis zum nächsten Mal ah ja Kamitando